Herr Matthias, ein Hund ist er schon, sagt man in Bayern, oder? Ich meine, das Süd-Nord-Gefälle, das ist etwas, was ihm einen zusätzlichen Tiefgang beschert, den Matthias. Ich sage Süd-Nord-Gefälle, weil Nord-Süd stimmt ja nicht, es geht ja von Süden nach Norden runter, ja, ja, irgendwie. Aber zwei Gedichte aus dem Thema Heimatkunde für Jedermann. Ja, fangen wir im Norden an, weil es so schön ist hier im Norden, ist ja schön hier. Ja, also Prost erstmal, gell? Ohne Weißbier kann man es hier im Norden weniger gut aushalten, aber es gibt es ja auch hier. Ja, also Heimatkunde, was uns im Norden abgeht. Ja, gute Bäcker, besonders, was Brezen betrifft. Die langsame Form des Humors, besonders, was Witzwiederholung betrifft. Die Lebensweisheit des Konjunktivs, besonders, was Hinterfotzigkeit betrifft. Soll das alles sein? Aber nein, zumindest fehlt noch der Föhn. Und wie er den Blick auf das Wesentliche freimacht, fehlt die Deftigkeit des Hüttenzaubers und wie charmant man Käsespätzle als Kasspatzen servieren kann. Und das ist jetzt alles? Ach was, da fehlen zu aller Mindest noch Grüß Gott und habe die Ehre. Servus miteinander und leckt's mir am Arsch. Ja, was dem Süden abgeht. Das Meer, die steife Brise und der Himmel als Landschaft. Soll das alles sein? Aber ja, das ist alles. Ja, das ist alles. Ja, Ja. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt.